Jo Leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video werden wir einfach mal ganz normal random duos spielen und werden gucken wann wir sterben und dann werden wir mal den ganzen Leuten zugucken die uns getötet haben und mal gucken wie gut die wirklich sind um mal zu schauen wie gut andere Fortnite Spieler sind also das heißt wie gut die Spieler heutzutage im Publix Lobby sind und ich werde das ganze auf dem PC machen aber keine Sorge ich werde natürlich immer Mobile Spieler bleiben ich werde demnächst auch wieder Videos auf meinem iPad bringen das Problem ist nur zur Zeit dass ich bald von Urlaub gehe und jetzt erstmal Videos fortproduzieren muss das heißt ich werde erstmal probieren so viel wie möglich aufzunehmen und da sind halt auch Videos auf PC dabei und Videos auf iPad ich hoffe mir das gefällt euch trotzdem ihr könnt es mir ja gerne mit einem Like und einem Abo zeigen also es würde mich mega freuen wenn ihr ein Like und ein Abo ihr da lasst und wenn ihr vielleicht mal einen Supportive Creator Code einfach nur Shanti im Item und wenn ihr vielleicht mal einen Supportive Creator Code einfach nur Shanti im Item Shop eingebt und wenn ihr wollt damit sogar was kauft wisst ihr natürlich nicht aber könnt ihr würde mich auf jeden Fall mega krass unterstützen das wäre wirklich maximaler Support jetzt würde ich auf jeden Fall sagen viel Spaß mit dem Video ich bin raus aber ich bin arabisch nice Germany so the Queen the Queen ist dein Herrscher so ist das ein Fruder yeah 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 right 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 yeah right what who no I don't think so what no no I'm a mobile player normally I'm good at mobile but not on PC where do you want to go okay are you good at the game very nice so let's get win nein Jungs eigentlich darf ich gar nicht gewinnen weil ich will ja mein Format machen oh I'm I'm dead oh I'm so lost he's so bad he can't hit a single shot he's out of ammo on the metal building we can rush him I think right here he's taking a slap or mini his aim is so horrible holy shit but my name is worse he picks me he's such a boss holy shit okay Jungs wir werden ihm jetzt auf jeden Fall zugucken hier unser mate okay go get him okay er sieht auch nicht wirklich aus wie der beste are you are you on controller behind the street oh no no on the right side oh holly shit die gar nicht so schlecht die treffen kein einzigen Schuss what the fuck oh gg okay er ist schon gelieft ich würde sagen wir gucken mal ne next time der ist richtig schlecht das haben wir eben schon gesehen der hat kein einzigen Schuss getroffen das heißt ich würde sagen wir gucken mal Christian zu komm Christian jetzt deine Chance jetzt zeig mal was du drauf hast komm Christian let's go also deine edits sehen auch nicht so gut aus ja Jungs by the way schreibt mir in die Kommentare was wollte ich für Videos auf mobile sehen wollte man Streamsnet Video sehen und wenn ihr dann in Kommentaren seid und irgendwas seht was ihr sehen wollt dann like das einfach hoch also gebt im Kommentar wo das steht einfach ein like und da müsst ihr nicht noch mal extra eure eigenen Sache reinschreiben ich bin so müde ich bin heute für euch um 11 Uhr aufgestanden morgens ist für mich mitten in der Nacht hier oben oder so ist eine Abstimmung oder nee warte ich bin da ja da oben ist irgendwo eine Abstimmung Jungs da könnt ihr mal abstimmen wenn ihr immer so aufsteht ich werde mal einfach so eine Abstimmung reinballern ja hier next time 08 zwei Stunden später ich mache einfach gar nichts die chillen einfach nur ein Schiff die Jungs leiter die werden nicht gepusht sondern sein mate da ist ein Video da auch den Bäume abbaut Junge ist nicht so offen okay wir sind jetzt schon andere Gegner wie es aussieht da auf dem Berg jemand okay ich will jetzt wo ich mir Christian was schießt daneben okay was macht er was seine mission ohne ohne der geht an sich besser aus der gegner der sieht gut aus was der andere ist einfach auch in die falle rein geflogen hier hat zumindest so angehört alter der ist heftig aber sein mäßiger ist ein mäßig echt gut aus holische der tipp ist gut x-rays auf der ganze neustadt gerade aufgesammelt nein das fackt ab kann das mal weggehen bitte hallo Entschuldigung kann es bitte weggehen man oh er flexte die edits die edits sehen auch schon clean aus eigentlich und der mate ja er denkt es ist das tschüss okay tschüss und macht einfach eine Tür rein oh no was geht jetzt ab oh no okay also x-rays sieht auf jeden fall gut aus also ist auf jeden fall ein solider spieler würde ich sagen ich könnte mir auch gut vorstellen dass die der spieler gewinnen also sein mate ist aber echt extrem lost glaube ich ja ja die shirt ist denen auch schon mal gut aus wie auf jeden fall er weiß auf jeden fall was er macht x-rays 21 85 hat er gerade wegen gesniped ich habe gerade mein handy geguckt er sieht den gegner da oben ich habe mich so erschrocken als er geschossen hat obwohl ich wusste dass er schießen wird okay er ist hier er ist auf jeden fall ein bisschen unter beträgen dass mehrere leute auf ihn aber x-rays unser mate schoko belge werden auf jeden fall denke ich war eine gute chance haben okay er fliegt jetzt hier warum kommentiert das soll es wäre das richtig episch das fliegt der fliege einfach nur ich bin richtig los digger weil die spitzhacke ist geil was ist für eine spitzhacke das gehen ist auch geil habe ich dann auch okay das sind gerade ziemlich langweilig hier halten einfach nur das sniper bitte hatte gerade das replays von seinem gegner von seinem eigenen mate also manchmal fragt mich ja ob es den leuten noch ganz gut geht dann im kopf ob die noch ganz 16 da oben okay er jetzt hier kommt tanzen er hat sich noch zehn leute in der endzone das frühst du oder so okay die runde ist so langweilig kann auch auf zwei minuten also katten holisch ist die runde langweilig oh no den sniper schoss hätte man aber treffen können an der stelle der gegen wo er was hat er gebaut ich würde sagen er flexte an einstiger nannten hat er kommt warum leben noch zehn leute alter holen die schilders ob wind den so wichtig ist aber guck mal was leute choco choco baby choco belge hier wo er flext jetzt hier sein 90 sein elm geht schon mal mies daneben und die geander geht das aber auch nicht los holen ist das machen wieder ach du kacke zehn leute leben in der zone und alle sind nicht guter what the fuck ja das hat viel zu später david was machen die ich verstehe es nicht egal wer macht das eigentlich ganz gut hier gerade okay hier von ray kommt er müsste mal die schüsse treffen jetzt das geht es doch nicht weiter holy shit der andere geht aus verschwitzt was macht denn ray was ist mit seinem aim los das war es dann auch mit ray ok hier nie in die ruhe immer acht kills läuft aber auch komplett lost einfach rum und yellow boom in beide ray hat das spiel gewonnen crankte seinen 90s let's go diga die waren auch nicht wirklich gut holy shit das ganze spiel war einfach nur von nicht wirklich guten spieler voll nicht wirklich gute spieler ich will sage ich jetzt einfach mal eine runde solo mal gucken ob der bessere spieler unterwegs sind wir jungs wir sind jetzt in der solo runde ich weiß nicht wo ich landen soll ich denke mal feld oder so manchmal fächte ich habe gruppe von mir jetzt gesagt er soll auch solo spielen ich hoffe mal wir kommen die selbe runde weil ich weiß auf jeden fall dass er gut ist und das werden auf jeden fall richtig geil der das sehr anders heißt überhaupt da fällt ich muss ein paar kills machen jetzt kommen wir leute mit ich glaube nicht doch einer kommentieren was hat der für schlechter digga da oben ist auch noch einer okay ohne einfach er hier den luchs hin kommt mit ich brauche eine waffe ich brauche eine waffe ich brauche eine waffe ich brauche eine waffe auch komm schon ich habe auch okay ich geben was er macht digga er tanzt erstmal was ist ihnen los ich hoffe mal dass die runde jetzt ein bisschen besser wird bord fett zack wurde gerade getötet was macht er da ist auch ein bisschen lost aus was macht er da digga kann mir jemand helfen bitte er sieht ja die gegner links von diesem gegner sieht ihr nicht er war doch ein gegner bruder und das noch einer komplett loss der gegner digga what the fuck erste meine lieben freunde aus einer stelle komplett mit ihm legion hat hat ihn da getötet mit der mendigan legion hat digga okay jungs ich kann okay jetzt den typen zuzugucken weil er wird die ganze wieder gammeln und so ich muss jetzt sagen wir sollen jetzt mal in die nächste runde ich bin echt mal gespannt was jetzt so passieren wird in der runde und welche spielen wieder zu gucken letzte runde wieder kommt der langweilig ich würde sagen wir gehen jetzt mal sollte jeweilig wird wahrscheinlich viel action sein und der typ das sollte überlebt ist eigentlich auch immer relativ gut weil es sollte gehen echt viele leute hin dass mittlerweile wieder so tätig geworden bei der meinung nach her kommen rein da paar kids machen die ist das die skin kommen sie einfach aus als welche große schütze aber ich krieg gar nichts auf pcr auf die reihe ich dachte gerade sind keine gegner mitgekommen digga dann wäre aber vorbeigewesen okay ich habe eine kampfschutz und jetzt kann ich direkt pushen gehen hier und noch nachher und weg du schwein kurz bin ich so sorry digga er ist heftig halt habe ich gerade schrocken holt ist junger er hat mich einfach komplett weg gepusht alter okay er wird er wird angeschossen alter was hat der andere oh mein gott er identiert sich durch und kannst du einfach den heftigsten 190er one pump alter scheiße er wird wieder angegriffen mit der smg er muss gucken weil er ist wirklich one shot was macht er jetzt hier okay er probiert von der seite zu kommen er schießt daneben er ist hier aufgibt ihm ein shot editiert wieder zu alter das ist ein verdammt guter spieler holy shit das ist bis jetzt der beste spieler den ich in public zugeschaut habe jemals außerhalb der arena und so natürlich das finden bessere gegner aber der schon heftig er hört schüsse er muss halt nur aufpassen weil er echt nicht mehr viel leben was hat er gerade gemacht er war links vernehmlichkeiten gegner die letzten schon mal es ist hier ganz gemütlich seine pilze am essen oder weiß dass er nicht wirklich viel leben hat er hört wieder schüsse wird er diesmal zu den schüssen gehen ist die frage okay er sieht ihn geht er schießt auf ihn digga was ist er mit seinem elbegrad oder okay ich habe eigentlich das ist einfach weil er hat eigentlich echt gut sein ich habe ein headset auf meinen tastatur gelegt und dadurch bin ich aus der runde warum bin ich so lost jungs warum bin ich so lost ich bin weg ich habe wenn ich verzweifelt war wie lost der gegner war habe ich mein headset auf die tastatur gelegt und bin deswegen aus der runde ich bin der losteste mensch der welt jungs ich würde auf jeden fall sagen das war's mit dem video wenn es euch gefallen hat dann lasst gerne ein like und ein abo hier auf dem kanal da wenn du mich auch weiter supporten wollt dann tagt gerne meinen creator code einfach nur shanty im itemshop ein ich bin jedem mega dank weil er das macht ihr könnt mir auch gerne davon ein foto auf instagram schreiben und ja dann merke ich halt wer mich support und so dann bleibt ihr in meinem herzen als ihre männer und so sonst dann wünsche ich euch 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 aber in die бат wir w wir qu w Bis zum nächsten Mal.